Heute möchte ich mit dir über das Krafttraining im Handball sprechen. Vor ungefähr zwei Wochen habe ich schon ein Video gemacht zum Athletiktraining allgemein und heute gehen wir dann noch etwas tiefer in nur den speziellen Bereich Krafttraining rein, weil das wirklich ein super, super wichtiger Teil im Handball ist. Wir haben heute drei große Punkte zu besprechen. Der erste Punkt ist die Kontinuität. Erstens ist ganz, ganz wichtig, dass du mit deinen Spielern möglichst regelmäßig Krafttraining machst. Dadurch einfach regelmäßig du neue Impulse für die Muskulatur deiner Spieler schaffst. Im Optimalfall auch einfach für deine Spieler eine Routine schaffst, das für die ganz normal ist, entweder jeden Tag 10, 15, 20 Minuten selbstständig Krafttraining zu machen oder vor jedem Training. Im Optimalfall natürlich auch, wenn deine Spieler eine Mitgliedschaft in einem Fitnessstudio haben dass sie dort noch zusätzlich arbeiten. Da musst du immer individuell auf deine Mannschaft mit eingehen. Aber wir gehen jetzt erstmal auf den ersten Punkt und zwar dieses regelmäßige, tagtägliche Training. Es bringt viel, viel mehr, wenn deine Spieler jeden Tag ein bisschen was machen, als wenn du alle, ich sag mal zwei Wochen oder alle drei Wochen beim Training einmal Fokus auf Krafttraining setzt. Dieser regelmäßige Impuls, das Aktivieren der Muskulatur ist viel, viel besser und dabei kann man dann auch eine viel bessere Progression machen, was dann später im Video noch erklärt wird. Also, im Optimalfall schaffst du es, dass deine Spieler jeden Tag 10, 15 Minuten Krafttraining machen. Das schaffst du, indem du deinen Spielern, du könntest denen zwei verschiedene Programme vorbereiten, das kann auch nur ein Programm sein, wie du möchtest, aber eigentlich, wenn die jeden Tag das machen, sind zwei Programme besser, dass immer ein paar Muskelgruppen auch abgewechselt werden kann. Dass sie dieses Programm entweder einfach morgens direkt nach dem Aufstehen, und die stehen einfach auf, haben da vielleicht eine zwei, drei Minuten Dehnroutine, haben da ein Kraftprogramm und dann startet deren Tag oder eine Sache, die sie in der Mittagspause machen können oder abends vor dem Bett gehen, wie auch immer. Und das können dann ganz, ganz einfache Übungen sein, die man einfach bei sich zu Hause im Zimmer machen kann, mit Liegestütz, mit Kniebeugen, mit Unterarmstütz, mit Seitenarmstütz, mit Sit-Ups. Einfach nur, dass die Muskulatur immer und immer und immer wieder beansprucht wird und man dabei dann auch eine Progression hinkriegt. Wie gesagt, Progression ist der dritte Punkt heute im Video, den wir ansprechen. Diese Regelmäßigkeit ist das Aller, Allerwichtigste. Wenn du es nicht schaffst, mit deiner Mannschaft wirklich so die Routine herzustellen, dass sie jeden Tag selbstständig arbeiten, dann zweite Möglichkeit, vor jedem Training. Du hast die Möglichkeit, du hast ja meistens 90 Minuten in der Halle Training. Kannst du auch, wenn du die 90 Minuten Hallenzeiten nicht für Krafttraining benutzen möchtest, kannst du einfach sagen, ihr trefft euch 15 oder 20 Minuten oder 30 Minuten vorher als normal, zieht euch um und startet dann entweder auf der Tribüne, in dem Vorraum, in der Umkleide, wo auch immer ihr Platz habt, könnt ihr dort ein Kraftprogramm alle zusammen als Mannschaft machen, 15, 20 Minuten, sodass ihr zumindest zweimal die Woche, oder wenn ihr dreimal die Training habt, zumindest dreimal die Woche Krafttraining noch zusätzlich zum normalen Handballtraining und vorher habt. Dann ist einfach dort auch regelmäßig die Impulse gesetzt werden. Ansonsten dann auch noch die dritte Möglichkeit, die ich angesprochen habe, Mitgliedschaften in einem Fitnessstudio. Manche Vereine haben eine Kooperation mit einem Fitnessstudio, bei manchen Vereinen ist es nicht so, aber trotzdem relativ viele Spieler sind eigentlich selbstständig irgendwo in einem Fitnessstudio angemeldet. Und da kannst du die entweder natürlich frei Schnauze, oder die wissen vielleicht auch, wie sie trainieren müssen, du kannst denen dort aber natürlich auch Trainingspläne schreiben, die handballspezifisch ihre Fähigkeiten unterstützen. Auf jeden Fall musst du dann, wenn die Spieler wirklich ins Fitnessstudio reingehen, dann solltest du mit denen kurz einmal sprechen, dass die wissen, wie viel sie trainieren, wie es mit Regenerationszeiten aussieht. Dass nicht zum Beispiel, wenn ihr abends ein hochintensives Training habt, dass sie dann morgens ins Fitnessstudio gehen, da schon ein hochintensives Training abreißen. Im Optimalfall an den Tagen, wo kein Handballtraining ist, dass sie dort dann ein bisschen mehr im Kraftbereich arbeiten. Einfach auch gucken, wie häufig sie ins Fitnessstudio gehen, dass du einfach sicherstellen kannst, dass die Spieler genug Regenerationszeit haben und dass das Fitnessstudio dann sehr, sehr gut supplementär ist und deine Spieler unterstützt, anstatt dass es zum Beispiel durch viel zu hohe Belastung dann die Verletzungsgefahr erhöht. Das musst du dann eingehen. Also sprich am besten mit deinen Spielern einmal ab, wer von euch hat eine Gymmitgliedschaft, wer geht wirklich aktiv ins Fitnessstudio, wie oft geht ihr, was trainiert ihr da, um dann gegebenenfalls Anpassungen mit deinen Spielern und individuell mit den Spielern zu schaffen. Und dann kannst du dort die Gruppe auch trennen und sagen, okay, hier sind die sieben Spieler, die ins Fitnessstudio gehen und mit denen habe ich jetzt die passenden Absprachen gemacht, dass sie zwei- oder dreimal die Woche Krafttraining in diesem Bereich machen, 60, 90 Minuten und dann an den entsprechenden Tagen, damit die Regenerationszeiten da sind. Die anderen Spieler, die kein Fitnessstudio haben, die machen, anstatt dass sie zwei- oder dreimal ins Fitnessstudio gehen, machen die jeden Tag 15 Minuten nach dem Aufstehen immer abwechselnd dieses und dieses Programm und dadurch hast du die ganze Mannschaft super einfach getriggert. Und durch die Kontinuität, da spielt einfach das Gesetz von der Wiederholungsgesetz, von der Zeit, Akkumulation, da spielt einfach eine sehr große Rolle. Wenn deine Spieler jede Woche bei 15 Minuten, werden sie dann zum Beispiel zwei Stunden, ungefähr, ungefähr zwei Stunden Krafttraining machen, auch wenn sie zwei Einheiten oder dreieinheiten im Fitnessstudio machen, dann könnten es zwei bis drei Stunden sein. Wenn das jede Woche gemacht wird und sie dann über eine Saison zum Beispiel 100 Stunden mehr Krafttraining haben als eine andere Mannschaft, glaub mir, das wird sich zeigen. Das wird sich zeigen über die erste Saison, das wird sich noch mehr zeigen über die zweite und noch mehr über die dritte Saison, denn das akkumuliert sich einfach. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Dann der zweite Punkt, wenn du kein Hilfsmittel hast, in der Halle der eigene Körper reicht. Ja, wir müssen nicht irgendwie, oder das Schlimmste ist, dass sich Trainer davon abhalten lassen, Krafttraining zu machen, weil sie sagen, wir haben keine Handeln, wir haben nicht passenden Materialien in der Halle. Es reicht eigentlich der Körper von jedem Spieler aus, um im gewissen Maße Krafttraining zu machen. Natürlich kann es deutlich effektiver sein, wenn wir Handeln, Langhandeln haben und noch andere Geräte, Kettlebells etc. Aber es sollte keine Ausrede sein, kein Krafttraining zu machen. Einfach nur, weil wir keine Geräte haben. Der Körper von jedem einzelnen Spieler reicht aus. Es gibt genug Videos auf YouTube, wo du dir Übungen mit dem Körpergewicht raussuchen kannst, entweder alleine oder in Partnerübungen. Und auch dort kann man wunderbar die Progression durchführen. Und das ist jetzt auch der dritte Punkt, zu dem wir kommen. Das nehmen wir jetzt mal beides mal so ein bisschen zusammen. Wenn deine Spieler regelmäßig Krafttraining machen, musst du darauf achten, dass die Reize immer größer und größer werden. Falls jetzt, ein Beispiel. In deinem 15-Minuten-Programm, was täglich morgens gemacht wird, sind Liegestütze drin. Es bringt es nichts, wenn du eine ganze Saison lang oder einen ganzen Monat lang, selbst da muss Progression drin sein, sagst, okay, wir machen morgens 20 Liegestütze. Natürlich bringt das was. Deine Spieler werden stärker, machen ihre 20 Liegestütze, machen ihre 20 Liegestütze jeden Tag. Und irgendwann wird das denen zu leicht. Und da sollte man relativ schnell dann anpassen. Du machst vielleicht zwei Tage in Folge 20, dann machst du zwei Tage in Folge 21, dann 22. Sodass du dann schon relativ schnell nach einem Monat vielleicht bei 30 Liegestütz bist. Dann bist du bei 35, dann bist du bei 40. Und dadurch stellst du einfach sicher, dass die Muskulatur deiner Spieler immer und immer und immer wieder wirklich gefordert wird und neue Impulse gesetzt wird, dass die Muskulatur und die Kraft auch wachsen kann. Das Ganze ist natürlich mit Gewichten leichter, vor allem, weil dann auch die Maximalkraft steigt. Wenn wir zum Beispiel, wir können super nehmen, Beispiel Liegestütz und Beispiel Bankdrücken. Bei Liegestütz können wir jetzt nur, wenn wir mit dem eigenen Körpergewicht arbeiten, können wir sagen, wir erhöhen die Anzahl der Liegestütze. Erstens, wir können sich häufiger ausführen in dem gleichen Gewicht. Wenn wir Bankdrücken machen, können wir sagen, wir machen 10 Wiederholungen oder 12 Wiederholungen und mit Gewicht A. Und wenn das Gewicht A für uns leicht ist, dass wir 4 mal 12 Wiederholungen schaffen, dann erhöhen wir das Gewicht A plus 5 Kilo und kommen dann vielleicht bei 9 Wiederholungen raus. Das machen wir dann so lange, bis A plus 5 Kilo bei 12 Wiederholungen ist und dann machen wir A plus 10 Kilo und sind wieder bei 9 Wiederholungen und arbeiten zu hoch. Das heißt, beim Bankdrücken mit Gewichten im Fitnessstudio kann man die Kraft an sich, die Maximalkraft, kann man dort deutlich, deutlich besser trainieren, als wenn man nur im eigenen Körpergewicht arbeitet und das Gewicht an sich nicht ändern kann, dann müssen wir halt damit klarkommen, dass wir dann nur die Wiederholungsanzahl erhöhen. Das heißt, da muss man so ein bisschen gucken, wie man die Progression jeweils steigert. Das Gleiche ist dann natürlich auch irgendwann beim Ausdauertraining. Und die Sache, dass wenn wir zum Beispiel Intervalltraining machen, da können wir wunderbar, können wir sagen, wir machen die Intervalle intensiver oder wir machen sie länger oder wir machen die Pausen kürzer oder wir machen die Anzahl höher. Da haben wir viel, viel mehr Möglichkeiten, als nur beim Krafttraining, wo wir jetzt bei Liegestütze zum Beispiel sagen können, wir erhöhen die Wiederholungszahl. Natürlich können wir auch gucken, wie wir die Liegestütze anstrengender machen, indem wir irgendwelche Gewichte mit drauf nehmen, indem wir die Hände vielleicht näher zusammen machen, dadurch andere Muskulatur triggern, die Bewegungen langsamer ausführen, nach unten, unten halten, dann langsamer hoch ausführen. Aber wir werden nicht den gleichen Effekt erreichen, wie wir im Fitnessstudio die Gewichtsanzahl erhöhen. Das heißt, Fitnessstudio sollte immer die präferierte Lösung sein über ein Training jeden Tag selber, einfach nur bis bei sich im Zimmer, wovon man es viel gezielter steuern kann. Aber wenn ein Fitnessstudio nicht vorhanden ist, darf es auch keine Ausrede sein, weil wir können trotzdem wunderbar mit unserem Körper arbeiten. Und das ist so ein kleiner Take heute über das Krafttraining und dann freue ich mich, wenn du das mit deiner Mannschaft anwendest.